Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer dritten Social Media A-Vorlesung im Sommersemester 2022. Heute auf unserem Themenplan, nachdem wir uns in der ersten Einheit mit der Geschichte und Entwicklung von Social Media Plattformen befasst haben und beim zweiten Termin mit Definitionen und den Building Blocks, geht es heute weiter mit zwei Modellen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Zum einen das sogenannte Cloverleaf-Modell der Online-Kommunikation von Edelmann unter dem Aspekt der verschiedenen Traffic Channels. Das ist das zweite Modell. Wenn Sie digitale Kommunikation abstrakt auf Modellebene betrachten, dann ist natürlich eine ganz wesentliche Frage, woher kommen Benutzer, denken Sie beispielsweise in eine Homepage, auf welchem Weg wird diese Seite gefunden. Da gibt es mehrere, ich sage mal, Optionen. Offensichtlich natürlich die Google-Suche. Social Media spielt dabei auch eine große Rolle. Das ist ein Aspekt, der, ich sage mal, im Bereich des Social Media Marketings eine wesentliche Rolle spielt. Und das Ganze passiert unter der Klammer des Themas Content Distribution, beziehungsweise anders ausgedrückt organische und bezahlte Reichweite. Das habe ich auch schon erwähnt, das ist im gesamten Social Media Bereich ein Thema, das sich durchzieht. Wir haben zum einen die Algorithmen, die über bestimmte Regeln, die von den Betreibern der Plattformen festgelegt werden, bestimmen, welche Inhalte die Nutzerinnen sehen. Das sind Selektionskriterien, die richten sich im Wesentlichen nach den eigenen Präferenzen. Diese Präferenzen entstehen zum einen durch die Benutzung, zum anderen durch Informationen, die sie über sich selbst angeben. Darauf passiert eben eine Auswahl. Das ist der organische Weg der Verbreitung, wenn man so will. Und daneben gibt es eben die bezahlten Möglichkeiten, die verschiedenen Werbeformate, die Sie auf den einzelnen Plattformen, beziehungsweise natürlich auch in den Apps am Smartphone finden. Wir werden uns zu einem späteren Termin dann das Thema Social Media Advertising nochmal genauer in der Praxis ansehen. Heute geht es mir eher, wenn Sie so möchten, um die abstrakte Betrachtung. Eine kleine Anmerkung noch zum Intro-Tune von Caribou. Heißt passenderweise zum heutigen Wetter Sun. Interessante Biografie, der junge Mann, ein Kanadier, hat 2005, gar nicht mehr so jung, eher in meiner Altersliga, hat 2005 seine Habilitation am London Imperial College gemacht und zwar mit dem Thema oder mit der Arbeit Over Conversion Siegel Modular Symbols. Hat nichts mit Symbolismus und Sozialforschung zu tun, ist eine mathematische Arbeit. Warum wissen wir so etwas? Wikipedia macht es natürlich sehr, sehr einfach Informationen einzuholen. Vielleicht können Sie sich das gar nicht mehr vorstellen, aber ich kann mich noch lebhaft daran erinnern. In meiner Zeit an der Universität gab es ja schon das Internet und da konnte man auch einige große Datenbanken wie IMDB beispielsweise, die man noch gibt, die Internet Movie Database, auch starke Social Media Aspekte. Die gab es bereits damals, die sind schon wirklich sehr alt. Solche Informationen konnte man abrufen, aber zu meiner Schulzeit gab es viele Diskussionen von welcher Musiker, welcher Gitarrist war das, bis hin zu welcher Schauspieler hat er in einem Film mitgespielt. Da konnte man nicht so ohne weiteres nachschauen. Selbst wenn man ein Lexikon zu Hause hatte, war es schwieriger oder bis unmöglich aktuelle Informationen zu finden. Sie wissen natürlich, Sie sind auch so aufgewachsen, diese sogenannte Ubiquität der oder Information at our fingertips, wie man auf Englisch gerne sagt, diese permanente Verfügbarkeit von Informationen, die hat ja begonnen, wenn Sie so wollen, in der ersten Phase des Internet im Web 1.0 in erster Linie an stationären Geräten. Rechner weniger leistungsstark, wenn wir jetzt mal so an die 20 Jahre zurückgehen, deutlich weniger leistungsstark von der Rechenkapazität her, als das, was wir heute an Chips in Mittelklasse-Handys verbauen. Und in der zweiten Phase des Internet in der Weiterentwicklung kamen dann eben auch die Mobilgeräte. Am Anfang mit sehr bescheidenen Multimedia-Fähigkeiten, so die Anfangszeiten des mobilen Internet, da war es schon ein kleines technisches Wunder, eine E-Mail mit einem winzigen Bild verschicken zu können. Sie wissen, die mobilen Leitungen werden immer schneller, die Hardware immer leistungsfähiger und jetzt dadurch konvergierten diese beiden Aspekte. Zum einen das Internet als riesige Wissensdatenbank und zum anderen die Möglichkeit, auf dieses Wissen eben nicht nur dann zugreifen zu können, wenn Sie gerade am Desktop oder Laptop sitzen, sondern wir haben das auch noch immer in unserer Hosen, Jacken oder Handtasche mit uns. Und wie gesagt, diese Diskussionen kann man eigentlich heutzutage nicht mehr führen, welcher Schauspieler war das, in welchem Film, es sei denn, man befindet sich gerade in einem Funkloch und niemand hat eine Offline-App mit solchen Daten auf seinem Handy. So etwas ändert natürlich unsere Kommunikation, unser Verhalten sehr stark. Einer meiner Lieblingsautoren, Kommunikationstheoretiker Wilhelm Flusser, der hat diese Entwicklung recht hellsichtig vorausgesehen und wie Sie ja wissen, auch aus meinen vorherigen Ausführungen, die Interpretation der Auswirkungen von Medien, Stichwort Social Media macht dumm oder dumm und süchtig. Auf der einen Seite eine kulturpessimistische Abteilung, auf der anderen Seite Social Media oder digitale Medien ermöglichen uns ganz neue Optionen, aber auch neue Manipulationsmöglichkeiten. Das ist ein breites Spektrum. Ich sage mal, Wilhelm Flusser hat das Ganze, zumindest was unseren Umgang mit Wissen betrifft, sehr positiv betrachtet und hat dann mehrmals in seinen Werken auch betont, dass eben seiner Meinung nach ein großer Umbruch in unserem Denken oder in unserer Kultur darin bestehen wird, dass diese permanente Verfügbarkeit von, wenn Sie so wollen, faktischen, faktenbasierten Informationen jederzeit zur Verfügung steht. Das macht es auch bis zu einem gewissen Grad unnötig oder sinnlos, sich diese Dinge zu merken, wenn man jederzeit nachschauen kann. Und Wilhelm Flussers Interpretation war eben, das ermöglicht es uns, uns eigentlich mit dem kreativen Denken, mit dem wirklich spannenden Teil zu befassen. Auch in Bezug auf die Frage, die im letzten Termin jemand von Ihnen gestellt hat, ob Sie dann bei der Abschlussprüfung die einzelnen, die einzelnen Zahlen, Nutzerzahlen, Gründungszahlen und so weiter der Netzwerke kennen müssen. Eben nein, natürlich nicht. Und wie gesagt, das ist so typisch ein Beispiel für etwas, das man jederzeit nachschauen kann. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir abgewöhnt, wieder selber auswendig zu merken. Manche Dinge, denen man öfter begegnet, die merkt man sich dann natürlich. Aber ja, grundsätzlich ist das sehr leicht, so etwas bei Bedarf nachzusehen. Sehr interessante Frage von CoraCara1. Ist es noch möglich, eine große neue Entwicklung in Bezug auf Social Media und Internet zu schaffen? Oder nur noch Weiterentwicklungen, Verbesserungen der aktuellen Situation? Wenn Sie die Entwicklung neuer Technologien betrachten, und das gilt jetzt nicht nur für Medien, aber natürlich auch für den Bereich der digitalen Medien. Dann unterscheiden wir und das Praktische, im Nachhinein ist man immer klüger. Wenn man die Entwicklung rückblickend betrachtet, dann sieht man sehr deutlich, es gibt kontinuierliche Entwicklungen. Das ist, beispielsweise denken Sie an die letzten, was kann man sagen, seit eigentlich, seit den 50er Jahren, im Endeffekt seit nach dem Zweiten Weltkrieg, denken Sie an die 50 Jahre Automobilentwicklung zwischen 1950 und 2000. Das ist eine typische, kontinuierliche Entwicklung. Verbrennungsmotoren, die effizienter wurden, die Autos etwas leichter, der Verbrauch sank und kam irgendwann schon drauf, diese ganzen Abgase sind nicht so toll für unsere Umwelt. Ich habe das noch selber miterlebt, ich glaube, ich meine, das war in den 80er Jahren, da kam dann die Katalysatorpflicht für Autos, also eben dieser Abgasfilter. Parallel dazu gab es auch mit Entwicklung der digitalen Technologien neue Assistenzsysteme, aber das war keine grundlegende Entwicklung. Und jetzt, beginnend eigentlich so ab 2000, stehen wir an der Wende zur Elektromobilität, ganz offensichtlich. Und da gibt es natürlich auch entsprechende politische Willensbildung, Versuch der EU in einer relativ nahen Zukunft Verbrennermotoren und so weiter zu verbieten. Und solche gravierenden Technologiewechsel, die bezeichnet man im Gegensatz zu dieser kontinuierlichen Entwicklung als disruptive Entwicklungen, als Disruption. Und wenn Sie die entsprechende Theorie, Wirtschaftstheorie, Medienteorie oder Medienökonomie, diese Analysen sich ansehen in Bezug auf die vergangenen Jahre und Dekaden, dann ist eben einer dieser Punkte von disruptiven Technologien, dass sich die Auswirkungen zu dem Zeitpunkt, wo eine solche Technologie verfügbar wird, kaum oder gar nicht abschätzen lassen. Disruption bedeutet tatsächlich, dass bisher eingespielte Vorgänge komplett umgemodelt werden. Ein klassisches Beispiel in den Lehrbüchern dazu ist sozusagen die Phase des Pferdes oder der Lastentiere in den Städten, die dann irgendwann abgelöst wurden von Fahrzeugen, als das Automobil erfunden wurde. Die Entwicklung, die Erfindung des Automobils als solches war definitiv eine disruptive Technologie. Und das, was Ihnen dabei vordergründig in den Sinn kommt, ist natürlich, ein Auto hat gewisse Vorteile und zweifellos auch Nachteile gegenüber einem Pferd, vor allem die ersten Autos, die waren ja auch nicht deutlich schneller unterwegs. Aber eine der ersten Änderungen bestand dann darin, kann man sich kaum mehr vorstellen, dass zur Beginnzeit des Automobils Verkehr in den Städten relativ kreuz und quer lief, Fußgänger, Pferde und dann hatten sie plötzlich Fahrzeuge mit einer anderen Geschwindigkeit. Das hatte enorme Auswirkungen auf die Gestaltung von Städten, auf die Gestaltung von Straßen und dann natürlich auch auf Logistik und Transport. Das sind disruptive Entwicklungen. Und zweifellos ist das Internet, die Entwicklung der digitalen Many-to-Many-Medien eine disruptive Entwicklung. Ein wesentlicher Aspekt Ihrer Frage ist auch, was steht hinter dem Konzept Social Media, was versteht man dahinter? Ich meine, wenn es etwas gravierend drastisch Neues gäbe, dann würden wir es vermutlich nicht mehr unter dem Label Social Media zusammenfassen. Diese Dinge, die wir jetzt abschätzen können, welche Auswirkungen die aktuellen Technologien nicht nur auf unsere Kommunikation, sondern auch auf industrielle Produktion, Automatisierung und so weiter haben, Stichwort Industrie 4.0, da gibt es sehr viel Literatur und Analysen dazu. Aber ich würde ich würde die Frage zweigeteilt beantworten. Ich glaube, dass auf der einen, wir erleben im Social Media Bereich zweifellos jetzt eine kontinuierliche Entwicklung. Dazu gehört auch typischerweise eine Ausdifferenzierung. In der Beginnphase von Social Media war das neu und interessant und jetzt hat sich das sehr, sehr differenziert. Habe ich auch schon erwähnt, was man eben auf den einzelnen Plattformen tut, welche Bedürfnisse, wenn Sie so wollen, die die Nutzerinnen dort abdecken. Disruptive Technologien werden wir aber mit Sicherheit noch erleben. Die haben natürlich sehr häufig auch ihre Grundlage in, ich sage mal, Basis-technologischen Innovationen. Ich habe nach meiner Matura das erste Jahr in Graz an der Technischen Universität studiert, Technische Physik. Ich habe dann gewechselt nach Wien zur Kommunikationswissenschaft und da gab es für alle, glaube ich, ziemlich alle technischen Studien, diese gemeinsame Einführungsvorlesung in die anorganische Chemie im ersten Semester. Die hielt Professor August Henge, ein, ich sage mal, typischer Naturwissenschaftler, weißhaariger Chemiker, immer mit dem weißen Mantel, auch großartiger Humor. Unvergesslich, als wir alle mal unsere Hand in flüssigem Stickstoff, glaube ich, war das, tauchen durften. Kann man machen, das verdampft so schnell, dass sie nicht ankommen. Das dürfen Sie noch nicht länger als ein, zwei Sekunden drin lassen. Dieser Professor August Henge hat mit seinem Team viele, viele Jahre bevor ich dort an der TU Graz war, dort ein Verfahren entwickelt, um aus Silizium sogenannte Monowaffers herzustellen. Ist auch ein Block ausgestellt in der TU Graz. Schaut aus wie ein silberglänzender Metallblock. Was bedeutet Monowaffers? Die Siliziumkristalle, die im natürlichen Vorkommen ja mehr oder weniger ungeordnet im atomaren Gitter sozusagen platziert sind, die sind in diesen Monowaffers in genau definierten Mustern angeordnet. Was hat das mit Social Media zu tun? Diese Siliziummonowaffers sind die Basistechnologie für die Herstellung von Chips. Zuerst erzeugt der entsprechende Produzent diese Siliziummonowaffers. Diese Waffers werden dann in sehr dünne Scheiben geschnitten. Da hilft ihnen auch die feinste Wurstschneidemaschine nichts. Das passiert mit Laserstrahlen. Also, und das war auch eine, es wurde immer dünner, also auch ein Grund, warum die Chips leistungsfähiger wurden. Und diese kleinen Einzelschichten, da werden dann die Chips drauf geätzt im Endeffekt und dann werden die wieder zusammengepackt. Ganz, ganz grob erklärt. Ich bitte für eine technisch versierteren Verzeihung für die sehr grob vereinfachte Zusammenfassung. Aber der Punkt ist, ohne diese Siliziummonowaffers hätten wir die heutigen Computerchips nicht. Wie gesagt, das sind oft Basistechnologische Entwicklungen und das dauert eine gewisse Zeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das in den 70er Jahren dort entwickelt hat oder Beginn der 80er, wüsste ich nicht. Das dauert oft auch eine gewisse Zeit, bis sich die dann sozusagen in konkreten Auswirkungen widerspiegeln. Also eine sehr komplexe Frage und sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest ein paar Anhaltspunkte darzugeben. Oh, Angel Dust Duke. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr mein eigenes soziales Netzwerk geschrieben, Python und Django. Eine Art Klon von Twitter, weil man auf Twitter nicht alles sagen kann, was man gerne möchte, ohne dass man von irgendwelchen Hirnrissen gemobbt wird. Weiterentwicklung hier, was auf einem sozialen Netzwerk erlaubt ist oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und wir haben es schon das letzte Mal angesprochen. Ich möchte gar nicht zu tief in das Thema Manipulation und Meinungsmache einsteigen, vor allem aus dem Grund, weil Sie da sehr, sehr viel mehr bei meiner Kollegin Anni Walter erfahren werden oder auch schon erfahren haben im B-Teil. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir sehen, ich sage mal so, in politisch ruhigen Zeiten ist das Thema selbstverständlich nicht so relevant. Aber wir haben jetzt zwei Jahre Corona mit dieser immer wieder zitierten, beispiellosen gesellschaftlichen Spaltung hinter uns. Wir haben jetzt einen drastischen Konflikt in der Ukraine und natürlich hat das eine große Auswirkung, wer da welche sozialen Medien wie nutzt. Und als wir vor einer Woche hier gemeinsam im Twitch-Stream gesessen sind, da war die Situation, sage ich mal, oder das politische Klima oder die Meinung bei uns noch vergleichsweise eindeutiger. Nicht, dass sich irgendetwas daran geändert hätte, dass so gut wie jeder Politiker natürlich vollkommen zu Recht diesen Aggressionskrieg, diesen Überfall aufs Schärfste verurteilt. Aber ich sage mal so, das Helden-Image von Präsident Zelensky ist dann doch mittlerweile einigermaßen angekratzt. Und was nicht zuletzt dazu natürlich beitrug, war sein Auftritt vor dem israelischen Knesset, in dem er, in Israel, ausgerechnet in Israel, in dem er das, was Russland in der Ukraine tut, eben mit dem Holocaust, mit der darauffolgenden Shoah verglich, kam auch in Israel nicht so besonders gut an, wurde auch, wird in Europa sehr stark zitiert und viele Politiker äußern sich mittlerweile kritisch, verurteilen natürlich Russland, aber verurteilen auch Zelenskis, wird von vielen so wahrgenommen, sehr, sehr scharfe Rhetorik und offenbar geringe Kompromissbereitschaft. Und das hat natürlich auch mit dem zu tun, was er selber auf Social Media Plattformen postet, aber sie haben vollkommen Recht, was man wo sagen darf, spielt natürlich eine große Rolle. Das wird aber, es ist nicht so, dass das auch ein neues Social Media spezifisches Thema wäre, das war natürlich immer schon eine Frage gesellschaftlicher, politischer Entwicklungen. Zensur wird in unterschiedlichen Ländern vollkommen unterschiedlich gehandhabt, aber das ist natürlich eine Sache, wo Social Media ein Riesenpotenzial hat, genau aus dem Grund, weil sie eben die klassischen zentral kontrollierbaren Infrastrukturen, Sender oder die Erzeugung großer Papiermengen nicht mehr brauchen. Ja, das war komplett dumm und respektlos und mehr als unangebracht. Und wie gesagt, man muss wirklich immer dazu sagen, so schrecklich das auch ist, aber es so etwas wird natürlich, und ich höre in vielen politischen Diskussionen und ich muss auch sagen, da kann man sich wohl nicht ganz verschließen, die Forderung nach Pragmatismus mit dem Ziel eben, dass in erster Linie dieses furchtbare Morden an Zivilisten und Personen, die bis vor kurzem noch Zivilisten waren, jünger sind als sie großteils und jetzt eine Militäruniform tragen, endlich aufhört. Gut, aber damit zurück zu unserem Thema, beziehungsweise habe ich noch einen, ja, einen kleinen Überfall, kann man nicht sagen, auf sich vor. Ich habe es ja schon angekündigt oder angedroht, dass ich im Lauf dieses Semesters noch näher auf LinkedIn eingehen werde. Wir werden auch einen Gastvortrag von Thoman Geiswinkler zum Thema Business Storytelling hören. Aber aus aktuellem Anlass habe ich heute gerade was gepostet, deswegen zum einen, die von Ihnen, die einen LinkedIn Account haben, posten Sie doch gerne bitte mal die URL zu Ihrem Profil, also zu Ihrem persönlichen Profil hier in den Chat rein. Ich denke, es ist keine schlechte Idee, wenn Sie sich hier mit Kolleginnen und Kollegen vernetzen. Da kann man dann draufklicken, entweder folgen, oder Kontaktanfrage schicken. Ich denke, da gibt es ein gewisses gemeinsames Brancheninteresse. Und zum zweiten, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, das angesprochene Posting. Ich mache ein paar Mal im Jahr mit drei deutschen Kolleginnen, so Tagesworkshops über LinkedIn, nennen wir der Lab LinkedIn Like a Boss. Da geht es um das Personal Branding, also sprich die Optimierung des eigenen Profils. Wie baut man ein Netzwerk auf? Wie verfasst man LinkedIn Posting? Sie wissen ja, das ist meine... Nein, man muss für LinkedIn nicht zahlen. Der Account ist vollkommen gratis. Es gibt Premium Accounts, aber im Gegensatz zu Xing sind die nicht notwendig. Außer man nutzt sehr intensiv. Alle Funktionen sind uneingeschränkt mit Gratis-Account verfügbar, sowohl was Posten als auch Profilbestaltung und so betrifft. Finde ich recht sympathisch. Aber ja, glauben viele, wie gesagt, Xing Accounts sind auch gratis, aber der Gratis-Account ist dermaßen eingeschränkt, dass man nicht wirklich sinnvoll damit arbeiten kann. Wie dem auch sei, warum erzähle ich Ihnen das? Nicht um Werbung für unsere Veranstaltung zu machen. Die richtet sich grundsätzlich an Personen, die das Ganze beruflich nutzen, selbstständig oder Personen in Unternehmen. Aber ich bin der Meinung und habe da auch häufig die Erfahrung gemacht und bin natürlich auch mit vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert. Viele von Ihnen sind der Meinung, wenn Sie mit dem Studium fertig sind oder vielleicht maximal kurz vorher und dann aktiv auf Jobsuche gehen, wenn Sie nicht eh vorhaben, sich selbstständig zu machen, dann ist ein guter Moment, um sich einen LinkedIn-Account zu registrieren. Das ist kein guter Moment. Ich meine, spät ist besser als nie, aber der entscheidende Punkt ist, das sollte Ihnen allen klar sein, wenn Sie sich irgendwo bewerben, werden Sie gegoogelt und Sie können Ihr LinkedIn-Profil da sehr smart nutzen, um sich selber attraktiver zu machen. Im allerbesten Fall, wenn Sie die Plattform aktiv nutzen, wenn Sie dort über Themen sprechen, die Sie interessieren, im allerbesten Fall führt das dann dazu, dass Sie sich gar nicht großartig bewerben müssen, sondern dass Ihnen Jobs angeboten werden. Aber das ist erst der Einstieg in die berufliche Karriere. Ich denke, im weiteren Verlauf und das Leben in einer Netzwerkgesellschaft ist es sehr, sehr wichtig, seine digitalen Kontakte zu pflegen. Das ist meine Meinung dazu und deswegen empfehle ich Studierenden, das ist auch der Grund, warum wir noch mehr über LinkedIn sprechen werden in der Vorlesung, sich möglichst früh damit zu befassen. Und weil wir vier, die am diesem Punkt alle der Meinung sind und mit einem sehr geschätzten Kollegen zusammenarbeiten, den Christian Spanik, der kommt aus dem klassischen Fernsehbusiness, der hat, ich glaube, war das RTL oder RTL2, ich weiß es nicht, die erste Big Brother Produktion technisch beraten, war ja nicht ganz trivial damals mit diesen Livestreams, egal was man vom Format hält, technisch eine spannende Herausforderung, hat sich aber dann vor längerer Zeit auf Online Video spezialisiert, arbeitet da auch für große Kunden und fördert auch gerne Studenten, also lange Rede, kurzer Sinn. Er sponsert drei Tickets, mit anderen Worten, wenn Sie sich näher mit LinkedIn befassen möchten, dann kommentieren Sie einfach meinen Beitrag. Ich poste hier mal den Link in den Chat rein und müssen dazu eingeloggt sein in LinkedIn und ich werde dann am Sonntag von allen Registrierungen drei auswählen und Sie bekommen dann ihr Ticket gratis. Das Ganze findet am 1. April statt von 9 bis 16 Uhr. Und die Kollegen, mit denen ich das gemeinsam mache, ist zum einen Britta Behrens, eine sehr erfolgreiche deutsche Social Media Expertin. Schauen Sie sich Ihr Profil an, veröffentlicht sehr interessante Sachen, wenn man sich vor allem für den Bereich digitaler Vertrieb, Netzwerkaufbau interessiert. Dann die Marina Zajatz, sie hat gerade vor kurz oder vor einigen Monaten im Springer Verlag die Bibel zum Thema Digital Personal Branding veröffentlicht. Ich spezialisiert auf die Beratung von Geschäftsführern, von CEOs in Sachen digitale Positionierung und der vierte im Bunde ist Thomas Herzberger. Ebenfalls, glaube ich, im Dezember ein Buch veröffentlicht über Branding und Marketing mit LinkedIn. Er spricht dort über Storytelling. Die Idee ist sozusagen, dass Sie in einem Tag umfassend lernen, wie Sie die Plattform nutzen können, um sich selber besser zu positionieren. Also, nutzen Sie die Gelegenheit. Ich glaube, die Zeit zu investieren, das ist Ihre Investition in dem Fall, sich diesen Tag hinzusetzen und sich das anzuhören, ist eine Sache, die sich im Hinblick auf Ihre weitere berufliche Karriere sehr gut auszahlen kann. So, noch ein Blick in den Chat. Wird das noch von Recruitern verwendet? Ich würde mal sagen, die in Österreich, Deutschland ist da auch etwas voraus, beginnen Recruiter erst LinkedIn ernsthaft zu verwenden. Natürlich nutzen Sie alle großen Recruiter und Firmen im Normalfall parallel auf mehreren Kanälen. Ha, das ist ein Danke für diese großartige Überleitung zu unserem Thema. Ich berate viele HR-Unternehmen und da habe ich recht viele Einblicke, mehr in Deutschland als in Österreich. Aber natürlich, größere Unternehmen gehen vor allem her, wenn sie eine Stelle besitzen möchten und schreiben die auf ihrer eigenen Homepage. Viele machen es mittlerweile auf der LinkedIn-Company-Page und dann gibt es mehrere Drittkanäle. Karriere.at spielt hier eine große Rolle, Xing durchaus auch noch und natürlich auch LinkedIn, das ist da fast immer mit dabei. Da geht es jetzt aber nur mal um Job-Anzeigen, die Unternehmen posten. Auf Karriere.at, immer kostenpflichtig, bei LinkedIn können Sie pro Unternehmen eine Job-Anzeige kostenlos ausschreiben. Aber wie gesagt, größere Unternehmen, denen reicht normalerweise eine Job-Anzeige nicht und dann zahlen Sie da eben auch dafür. Aber Glassdoor ist im anglo-amerikanischen Bereich sehr, sehr relevant mittlerweile. Ist bei uns noch nicht so populär. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, wen Sie rekruten möchten. Viele meiner Kunden sagen, dass Sie mit, gerade wenn es um Lehrlinge oder um sehr junge Mitarbeiter geht, dass Recruiting-Systeme, und auch da gibt es schon einige Anbieter, wo das komplette Interface nicht darauf basiert, dass Sie 5.000 Felder bis hin zu Ihrer Blutgruppe und ein zehnseitiges Motivationsschreiben hochladen, sondern über einen sehr simplen Chatbot auf WhatsApp. Das ist der eine Bereich, Unternehmen suchen Mitarbeiter und veröffentlichen Inserate. Aber der große, große, große Trend im Recruiting, der geht natürlich in die Richtung Employer Branding. Das ist ein Stichwort, das Sie vielleicht schon mal gehört haben. Employer Branding bedeutet, dass die gezielte Arbeit am Image des Unternehmens gegenüber potenziellen Mitarbeitern, in vielen Bereichen gibt es ein ausreichendes Angebot an Arbeitskräften und dementsprechend, wenn Sie sich bei einer Stelle bewerben, dann sind Sie vielleicht einer von zehn Bewerbern. In vielen zunehmend mehr anderen Bereichen ist es so, dass es stark an Arbeitskräften mangelt und Unternehmen sich sehr bemühen müssen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Auf einer sehr trivialen, und Thomas Geiswinkel, unser Gastvortrag, der wird noch wesentlich mehr über dieses Thema erzählen, auf einer sehr trivialen Ebene, kennen Sie vielleicht diese Mechanismen, die manche Unternehmen nutzen. Man stellt einen Tischfußballtisch auf und es gibt Gratisobst, alle diese Vergünstigungen. Und wir leben in einer Zeit, wo das bei Weitem nicht mehr ausreicht. Ein Freund und Studienkollege von mir betreibt ein Programmierunternehmen, die programmieren CMS-Systeme für große amerikanische Unternehmen. Und Sie wissen vielleicht, dass es ziemlich schwierig ist, wo einer der umkämpftesten Jobs oder wo es am schwierigsten ist, überhaupt Bewerber zu finden, geschweige denn Mitarbeiter, sind Senior-Developer, also erfahrene Entwickler, die sich mit unterschiedlichen Technologien auskennen. Ich hatte vor kurzem ein sehr langes und intensives Gespräch mit ihm. Die machen sich unglaublichen Aufwand. Bezahlung ist eine Seite. Die bezahlen sehr, sehr hohe Gehälter, aber das tun alle, die Senior-Entwickler suchen. Und da geht es bei Weitem schon lange nicht mehr um einen Tischfußballtisch oder ein Gratis-Apfel am Tag. Sondern was die ihren Mitarbeitern anbieten und was sie versuchen, sehr aktiv zu kommunizieren, ist, sie wissen, dass es viele Senior-Developer nervt, dass sie in großen Unternehmen die Hälfte ihrer Arbeitszeit in Meetings, die vielfach als sinnlos empfunden werden, verbringen und einen vergleichsweise geringen Teil mit ihrer Kerntätigkeit, nämlich mit dem Entwickeln. Und das finden die meisten nicht so gut. Und die haben ihr gesamtes Unternehmen mit sehr flachen Hierarchien strukturiert, sehr wenig Overhead, sehr wenig Meetings, kurz gesagt, und sehr viel Selbstverantwortung für die Programmierer. Das muss man mögen. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ich habe lieber, wenn man mir genau vorgeht, was ich zu tun habe, aber im Normalfall sind die Wellhofer nicht so drauf. Und denen geht es eben darum, ganz aktiv zu kommunizieren, wie ein Unternehmen funktioniert, um sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Speziell für diesen Bereich ist LinkedIn die absolut wichtigste und unverzichtbarste Plattform. Ja, GitHub ist ja selbstverständlich. Darüber haben wir auch gespeichert gesagt. Das ist ja das Erste. Sie haben das erste Onboarding sehr simpel gestaltet. Falls Sie auf der Suche nach einem Job sind, könnte ich Sie mal bekannt machen, gerne. Die suchen laufen Developer. Er hat gesagt, Sie schauen sich natürlich das GitHub-Profil von dem an und von der Bewerbung bis zum Erstgespräch ist der Zeitraum auch sehr kurz. Aber man versucht sich eben als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und wie gesagt, da reicht bloße Oberflächenpolitur nicht mehr aus. Und das spielt natürlich bei Weitem, das können Sie sich auch leicht vorstellen, weniger oder nicht weniger, aber das spielt nur das, was das Unternehmen sagt, yay, wir sind ein toller Arbeitgeber, eine begrenzte Rolle. Ein ganz wichtiger Teil ist auch das, was Mitarbeiter, aktuelle Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter über das Unternehmen sagen. Es ist auch ganz üblich. Und auch in der Hinsicht ist LinkedIn natürlich mit dieser umfangreichen Datenbasis sehr hilfreich, wenn Sie sich überlegen, bewirre mich irgendwo. Könnten Sie jetzt hergehen und das machen auch viele mittlerweile und auf LinkedIn auf der Unternehmenspage nachschauen, hat dieses Unternehmen Mitarbeiter, wenn es größere Unternehmen gibt, mit denen ich vielleicht schon vernetzt bin, Studienkollegen oder sonst was. Das erfordert alles, dass Sie ein Netzwerk haben und LinkedIn eben schon nutzen. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich naheliegend, sich bei dem oder der mal zu erkundigen, hey, wie ist es denn eigentlich, dort zu arbeiten. Und das sind die Probleme, es geht weg, es geht sehr weit weg vom Reinen, von dem, was man sich klassisch unter Recruiting vorstellt. Ich gebe eine Stellenanzeige daraus und dann kommen Bewerber und dann gibt es Bewerbungsgespräche und dann wählt man irgendwann aus. Unternehmen müssen sich weit mehr anstrengen. Nicht zuletzt deshalb, und das ist jetzt keineswegs mein persönlicher Eindruck oder meine Einbildung, sondern das bestätigt jede Umfrage, Motivationsuntersuchungen, jede Sozialforschung in diese Richtung. Die Generation der Millennials, ich sage immer gern, die sind früher draufgekommen, dass Work-Life-Balance eine beträchtliche Rolle spielt. Überspitzt ausgedrückt und natürlich gibt es immer jede Menge Ausnahmen von der Regel, aber überspitzt ausgedrückt waren in den 80er, 90er Jahren sehr große Unternehmen, Big Corporations, die heute vielfach als, und nicht zu Unrecht, als Evil gelten, als sehr attraktive Arbeitgeber angesehen. Mittlerweile spielt die Komponente, ich möchte etwas Sinnvolles machen, eine viel, viel größere Rolle in der Jobauswahl. Natürlich, Bezahlung spielt da immer rein, aber das ist auch so ein Punkt für viele von Ihnen, reicht Bezahlung als alleiniges Argument nicht mehr aus. Da hat sich definitiv sehr viel in Wertehaltung und Auswahlkriterien verändert. Angel, Last Duke, einfach eine, ja, sehr gern, sehr gern. Mir kann man, so E-Mail können Sie sowieso schicken, aber ich habe auch ein offenes Profil auf LinkedIn, kann mich auch natürlich gerne jede und jeder anschreiben. Was hat Sie jetzt mit den vorhin angesprochenen zwei Modellen auf sich? Ich habe LinkedIn schon viel machen, dort vor allem meine Sachen post, aktualisiere ich das kaum mehr, aber es gibt einen Artikel drüber, recht ausführlich, wenn Sie das genauer nachlesen wollen, zu diesem Thema, nämlich zu den Traffic Channels oder Traffic Sources. Also, wenn Sie selber Webmeister, Master sind, Webmeister, auf Deutsch, Webmeister, warum nicht? Wenn Sie selber eine Webseite betreiben, das nicht nur zum Spaß tun, um vielleicht die Fotos vom letzten Geburtstagsparty für Ihre Verwandten online zu stellen, wenn da in irgendeiner Art und Weise ein professioneller Gedanke dahinter steckt, sei es, dass Sie sich langfristig ein Nebengeschäft als Influencer aufbauen wollen, dass Sie einfach einen Blog betreiben, um sichtbar zu werden, wie auch immer. Da ist für Sie natürlich dann immer eine Frage, wie kommen meine Besucher zu mir, wie finden die mich? Und dieses Finden, das ist das Link schon zu sehr nach Google, wie kommen die auf meine Webseite? Da gibt es unterschiedliche sogenannte Traffic Quellen, je nachdem, wie Sie Ihre Seite betreiben, spielen die in unterschiedlicher Zusammensetzung und Ausprägung eine Rolle. Das ist ein Screenshot von MeinBlog und Sie sehen, da gibt es diesen Organic Search Traffic, theoretisch Suchmaschinen in der Praxis so gut wie ausschließlich Google. Dann gibt es sogenannten Referral Traffic, das bedeutet Leute, die von anderen Webseiten von Links zu Ihnen kommen. Direkten Traffic, das bezieht sich auf die, die die Domain direkt eintippen im Browser, wenn Sie regelmäßig ORF, AD zum Beispiel aufrufen, werden Sie nicht danach suchen. Sie werden irgendwann entweder als Bookmark speichern oder die in dem Fall sehr kurze Domain eintippen. Wenn Sie auf der Bookmark klicken, ist das genauso Direct Traffic. Dann gibt es, und das ist eben der Bereich, der uns angeht, Social Traffic sind die Besucher, die über Social Media Plattformen zu Ihnen kommen. Und zwar betrifft es sowohl, wenn Sie jetzt auf Ihrem eigenen Profil oder auf Ihrer Unternehmensseite einen Beitrag posten und dort einen Link inkludieren zu einem Artikel auf Ihrer Seite beispielsweise, ist das Social Media Traffic. Aber natürlich auch genauso, wenn andere von Mitarbeitern bis hin zu, sagen wir mal, unbeteiligten Außenstehenden oder wer auch immer, dort Inhalte von Ihnen veröffentlicht, die Ihnen Besucher einbringen, ist das auch Social Media Traffic. Dann haben wir, so wie in jeder statistischen Auswertung, einen Bereich ADA, das ist der Traffic, den das jeweilige Auswertungssystem, in dem Fall habe ich den Screenshot in Google Analytics gemacht, nicht zuordnen kann. Dann gibt es E-Mail, beispielsweise Newsletter, die natürlich auch in vielen Fällen Links enthalten, wenn jemand auf einen Link in einer solchen Newsletter klickt, genauso wie wenn man auf den Link in einer E-Mail-Signatur klickt. Und dann haben wir, das wird im Normalfall eben noch unterschieden, den Display Traffic. Das ist eine Form von Werbung, die eine zunehmend geringere Rolle spielt, klassische Banner-Werbung und so weiter. Und was wir hier noch nicht drin stehen haben, ist ja die Google Ads. Also auf Google haben wir ja auch den Bereich der sozusagen organischen Suche und dann die bezahlten Anzeigen. Alle diese Traffic Channels oder alle diese Möglichkeiten, wie Besucher auf ihre Webseite gelangen können, die können Sie anhand von Analyse-Systemen auswerten. Dieser Screenshot ist ziemlich alt. Der ist aus Zeiten vor der DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung, die uns im nächsten Termin näher beschäftigen wird, die hat und hatte gravierende Auswirkungen auf den Umgang mit Online-Daten. Eine der Auswirkungen in der Marketing-Praxis ist das, das kennen Sie alle von Webseiten, dieses Cookie-Opt-In, wo man sagt, ich stimme eben zu, notwendige Cookies, Analyse-Cookies, Marketing-Cookies. Viele Nutzer stimmen den Analyse-Cookies nicht zu, dann werden die nicht erfasst. Das heißt, sie haben einen größeren Bereich an Unschärfe, aber das nur nebenbei erwähnt. Mein zentraler Punkt ist dieser Social-Media-Traffic. Da hat es in den letzten Jahren, und das ist, denke ich, auch typisch für die Art und Weise, wie sich die Nutzung von Social-Media verändert, da hat es eine gravierende Entwicklung gegeben. Ich habe die nicht nur beobachtet, sondern auch selber miterlebt. Ich habe vor zehn Jahren noch ziemlich regelmäßig gebloggt, und wenn man eine Webseite betreibt, wie gesagt, ist man natürlich an Besuchern interessiert. Jetzt habe ich und haben auch die meisten Blogger, Webmaster zu der Zeit, Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook-Unternehmensseite, was auch immer, genutzt, um dort Beiträge zu posten, die einen Link zurück zur eigenen Webseite enthalten. Wir haben in erster Linie mit diesem Hintergedanken Social-Media grundsätzlich, wenn man jetzt mal die Werbung außer Acht lässt, ein kostenloser Kanal. Man braucht nur Zeit dafür und idealerweise gute Ideen und kann dann auf diese Weise kostenlosen Traffic generieren. Im Lauf dieser letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahre haben sich Social-Media-Plattformen nicht nur ausdifferenziert, sondern die Entwicklung geht auch immer mehr in Richtung eigenständige Inhalte. Ich denke, TikTok ist sehr, sehr typisch dafür, Instagram genauso, da gibt es keine Links in dem Sinn. Klar gibt es auf Instagram Ausnahmen, Sie haben Ihren Profillink und es gibt gewisse Shopping-Funktionen und so weiter. Auf TikTok können Sie auch auf Ihrem Profil Links unterbringen, aber der Punkt ist nicht, dass man da hingeht, um Status-Updates anzuschauen und dann zwischendurch immer auf die Webseiten zu klicken. Es ist vielmehr ein eigenständiges Nutzungsszenario. Und das führt natürlich dazu, oder ich sage mal so, aus dem ökonomischen Eigeninteresse der Plattformen heraus, möchten die die Nutzer auch natürlich gern auf der Seite halten. Und das führt dazu, dass so gut wie alle Plattformen Beiträge, LinkedIn macht es genauso wie Facebook, die Links enthalten, grundsätzlich benachteiligen von der Ausspielung. Die kriegen weniger Reichweite und dass Beiträge, die sozusagen ohne externe Link auskommen, die, wenn sie so wollen, für sich allein stehen, etwas mehr Reichweite bekommen. Das heißt, es ist grundsätzlich die Frage, was ist mein Ziel im digitalen Marketing? Möchte ich Personen auf meine Homepage bringen oder möchte ich meine, ganz abstrakt neu formuliert, meine Botschaft verbreiten? Das macht einen großen Unterschied für die eigene Content-Strategie. Und ich würde sagen, 2022, und das ist auch das, wie ich es meine Kunden immer wahrnehme, sind wir in einer Situation, wo das Verständnis auch immer größerer für wird, dass es keine gute Idee ist, grundsätzlich Social Media zu nutzen als Traffic-Generator. Sie haben natürlich Fälle, wo man die Besucher auf die eigene Homepage bringen muss, weil sie die jeweilige Interaktion nicht abbilden können. Stellen Sie sich vor, Sie bieten irgendeinen Ernährungsbereich, einen Kalorienrechner an, wo jemand seine Ernährung angibt und dann irgendwelche Daten bekommt. Die brauchen dazu eine Applikation. Das funktioniert nur auf der eigenen Homepage. Wenn Sie das auf Social Media bewerben, dann muss das zu Ihnen kommen. Genauso, wenn es um ein Newsletter-Formular geht. Bei vielen anderen Bereichen, wenn es kurze Videos sind oder so, dann ist die Frage, macht es wirklich Sinn, diesen Link zu inkludieren? In der Hinsicht funktioniert Social Media, könnte man sagen, als deutlich eigenständigerer Traffic-Channel. Genau, Plattformen wie Willhaben sperren Links ganz grundsätzlich. Ich denke, bei Willhaben ist es ein sehr gutes Beispiel, weil das, was ich gesagt habe, dieses ökonomische Eigeninteresse, da natürlich sehr extrem in diese Richtung geht. Meiner Einschätzung nach will Willhaben damit in erster Linie verhindern, dass professionelle Händler die Plattform nutzen, um automatisiert Anzeigen einzustellen, aber gar nicht dort zu verkaufen, sondern grundsätzlich Leute auf ihren Shop weiterzuleiten. Also sozusagen Willhaben als Traffic-Channel zu verwenden, weil natürlich Marktplatz davon lebt, dass die Transaktionen auch tatsächlich dort passieren und da natürlich selbst bei den, ich glaube, Privatanzeigen sind auf Willhaben, glaube ich, kostenlos, selbst bei den Privatanzeigen, Willhaben natürlich auch an der eingeblendeten Werbung und an den Premium-Placements verdient, solange die Nutzer auf der Seite sind. Guter Punkt. Und das bringt mich zu dem zweiten Modell. Leicht zu merken, weil Kleeblatt, recht einprägsam, ist publiziert worden, auch schon vor mittlerweile elf Jahren, im Jänner 2007 von Edelmann, hat aber nach wie vor wenig an Gültigkeit oder Nützlichkeit das Analysemodell eingebüßt. Edelmann ist hier vor allem tätig im Bereich Public Relations und die haben da analysiert, was bedeutet eigentlich Public Engagement? Sie müssen sich vorstellen, 2011 war Social Media noch relativ neu und bei Weitem noch nicht so im Mainstream angekommen, wie mittlerweile. Und da wurde auch das Thema viel diskutiert, wie was bedeutet das generell für Kommunikationsstrategien oder auch für Public Relations, wenn das alles jetzt so kompliziert wird und jeder dort posten kann, was er oder sie möchte, wie kann man so etwas überhaupt analysieren? Und Edelmann hat da dieses Modell eben publiziert und gesagt, die Präsenz, die Online-Präsenz eines Unternehmens, einer Marke, einer Person, die setzt sich eben spätestens seit Social Media, natürlich gab es auch vorher schon so Foren und Blogs und ähnliche Formate mit User-Generated Content, die setzt sich eben längst nicht mehr zusammen aus den Präsenzen, die man selber betreibt, aus der eigenen Homepage, aus den eigenen Social Media Channels, sondern es ist ein komplexes Amalgam aus mehreren Einflussfaktoren. Sie haben da deswegen Kleeblatt diese vier Felder identifiziert, zum einen Mainstream, das wären jetzt die klassischen Medien. Ich sage mal, vor der digitalen Ära hat sich Public Relations zu einem hohen Grad oder vorwiegend dann Journalisten, an Gatekeeper gewandt. Das spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle, also Beiträge in klassischen Medien, die haben da die großen internationalen drauf. Da gibt es natürlich in Österreich genauso die Pendants im Print- und Fernseh- und Radiobereich. Und dann gibt es daneben die Owned Channels, das wären die Präsenzen, die das Unternehmen oder die sich selber betreiben, bereits erwähnt, die eigene Homepage, der eigene Twitter-Account, all diese Dinge. Und dann gibt es hier oben in der rechten Ecke, das haben die damals als New Media bezeichnet, das sind so diese Mischformen. Ich würde sagen, da hat mittlerweile auch eine große Professionalisierung eingesetzt, aber zumindest zu dieser Zeit, dass dieses Modell publiziert wurde, da war man sich noch nicht so sicher, was ist, sind Blogger, Journalisten, was ist ein Blog, ist das eine Äquivalenz von einer Zeitung, das ist irgendwie doch was anderes. Und dann gibt es große und kleine Blogs. Ab wann ist dann ein Blog eine Äquivalenz von einem Verlag? Das ist so ein bisschen ein undefinierter Bereich, wenn Sie an Huffington Post, Deckcrunch, die großen Medien denken, die haben das da in einem eigenen Bereich zusammengefasst. Und dann haben wir hier rechts unten Social Media. Und Social Media ist natürlich kein abgetrennter Bereich, das ist ja keine technologische Abgrenzung. Und Sie haben, und das ist eben auch der Grund, warum sich diese Kleeblätter hier überschneiden, Sie haben im Social Media Bereich zum einen die Owned Channels und zum anderen natürlich auch diesen ganzen Bereich, was andere über sie sagen und wiederum betreiben natürlich auch diese neuen Medien beziehungsweise diese Mainstream Medien, ihre eigenen Social Media Channels. Und all dem, was da veröffentlicht wird, aus der Summe sozusagen dieser vier verschiedenen Fälle aus dem Überschneidungsbereich, das wäre jetzt Public Engagement, wenn es um die Art von Kampagnen geht beziehungsweise das ist die Online-Präsenz eines Unternehmens. Das geht natürlich im Vergleich zu klassischen Kommunikationsmodellen mit einem drastischen Kontrollverlust einher. Wenn Sie bedenken, das typische Modell der Unternehmenskommunikation bestand ja darin, schlägt sich auch in der Bezeichnung dieser Funktion nieder, dass ein Unternehmenssprecher oder eine Unternehmenssprecherin als, beachten Sie dieses Wort, als Schnittstelle nach außen fungiert, mit dem Ziel, dass eben sozusagen nicht alle Mitarbeiter Kraut und Rüben kommunizieren, sondern man will die wieder so schön im Marketing-Bullshit-Bingo heißen, man will die Kommunikation streamlinen, auf die Einhaltung der CI-Richtlinien achten und so weiter. Aber das spielt es eben nicht mehr. Zum einen gibt es da diese ganzen lästigen Kunden und Influencer und Trolle, die sowieso über einen eigenen Brand sagen, was sie wollen. Und zum anderen, und das ist natürlich auch die zweite Seite der Medaille oder die vierte Seite der Pyramide eigentlich, der dreiseitigen Pyramide, vier Seiten mit Grundfläche, da gibt es natürlich auch die eigenen Mitarbeiter. Die kann man kontrollieren und sehr, es gibt bestimmte Branchen, beispielsweise die Pharmaindustrie, die sind auch an spezielle rechtliche Auflagen gebunden, aber die kann man kontrollieren wollen oder ihnen sagen, auch im Arbeitsvertrag, ihr dürft, und es mag manche Branchen geben, wo Geheimhaltung da auch durchaus eine Rolle spielt, ihr dürft nicht über das reden, was ihr in der Arbeit tut, Secret Agents und so weiter. Aber für die meisten Unternehmen ist es mittlerweile ein riesen Asset und LinkedIn ist da wiederum ein typisches Beispiel dafür, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als sogenannte Corporate Influencer zu positionieren. Das bedeutet, die Kompetenz, die in Form dieser Personen im Unternehmen vorhanden ist, auch sichtbar zu machen und damit letztendlich das Unternehmen, die Marke attraktiver für potenzielle Kunden zu machen. Und das heißt, sie haben plötzlich viel, viel mehr Kommunikatoren auch im Unternehmen und während, und persönlich, das amüsiert mich auch immer wieder, in der Beginnphase von Social Media, da war eine der großen Herausforderungen, oder scheinbar großen Herausforderungen für viele Unternehmen eine Social Media Policy, also ein Regelwerk, das festlegt, wie Mitarbeiterinnen Social Media nutzen sollen dürfen. Und da gab es eine ganze Reihe von wirklich anekdotisch sehr skurrilen Hoppalas, ich kann mich daran erinnern, als die Stadt Wien, das ist schon eine ganze Weile her, irgendwann angekündigt hat, ich glaube mittlerweile haben sie das ganz gut im Griff, dass in Zukunft alle Magistratsabteilungen mit Kundenkontakt, die irgendwelche serviceorientierten Dinge machen, auch über Twitter erreichbar sein sollen, kann man machen, ist ja auch kein schlechter PR-Gag, was das Ganze skurril machte, war das, ich glaube innerhalb des selben Monats oder derselben Woche, aufgrund vermuteter, vermuteten Arbeitszeitverlusts für das gesamte Rathaus, da Zugriff zu Twitter über die Firewall gesperrt wurde. Ja, nicht leicht, sozusagen damit umzugehen, am Anfang die große Befürchtung, wenn die Mitarbeiter jetzt Social Media nutzen dürfen, dann arbeiten die nichts mehr, sondern surfen den ganzen Tag nur auf Facebook, damals hat man da nur das Wort Surfen verwendet dafür. Ja, glaube ich, mittlerweile auch übrigens ganz ähnliche Situation hat es gegeben, als das Telefon im Büro eingeführt wurde, das passierte irgendwann in den 60er, 70er Jahren, aber vorher war es nicht üblich, dass man in Offices einen Einzeltelefonanschluss hatte, auch da gab es die Befürchtung, arbeiten die Mitarbeiter danach oder telefonieren die nur mehr. Es war ähnlich in der Beginnzeit von Social Media und in diesem Kontext sind auch sozusagen die Social Media Policies zu sehen. Ein Unternehmen, das in dieser Richtung recht bahnbrechend war, war Microsoft. Die hatten sehr früh eine Social Media Policy und die bestand aus zwei Wörtern be smart. Es ist auch sozusagen ein komplexer Bereich und wenn man möchte, dass die Mitarbeiter dort aktiv im Sinne des Unternehmens agieren, dann wird man kaum jeden einzelnen Fall in Form eines Regelwerks sozusagen präventiv abdecken können. Aber natürlich möchte man so typische kommunikative Desaster, wo sich vielleicht sogar Mitarbeiter sehr negativ über das Unternehmen äußern oder eben tatsächlich irgendwelche nicht öffentlichen Informationen weitergeben, die möchte man natürlich gern verhindern, aber wie gesagt, da ist im Normalfall Hausverstand ein ganz guter Ansatzpunkt und die andere Sache ist eben die, dass es, ich sage mal, 2022 die größere Herausforderung für Unternehmen darin besteht, ihre Mitarbeiter zu motivieren, gerade diese relevanten Medien auch aktiv zu nutzen. Sie kennen das sicherlich selber alle, wir konsumieren wesentlich mehr Inhalte von Personen als von Brands oder Unternehmen. Was ist Owned? Owned bezieht sich auf alle Kanäle, die man selber betreibt, nicht notwendigerweise, wo man auch die Infrastruktur selber in der Hand hat, das ist ja auf Social Media Plattformen nicht so, aber zu den Owned Kanälen würde jetzt alles dazugehören, was Sie als Unternehmen betreiben. Eine Webseite, ein Blog, der eigenen Newsletter, auch die eigene Facebook-Page, der eigene Twitter-Account, also alles, was sozusagen, wo das Unternehmen Outdoor oder Herausgeber oder Publisher ist. Diensthändes. Ja, ja, Diensthänden, die guten alten Diensthändes. Fluch und Segen. Wobei zum Glück ja telefonieren dank Messenger und anderen Kommunikationskanälen eh immer üblicher wird. Ich gestehe, ich bin kein großer Fan des Telefon, des ausgedehnten Telefonate. Also mit anderen Worten, was möchte ich Ihnen eigentlich mitgeben mit der heutigen Einheit. Kommunikation, Online-Präsenz, Markenbildung ist kein linearer Prozess. Das ist definitiv keine Sache, die das Unternehmen allein steuern kann. Natürlich versucht man und auch dieser Ansatz ist in Publiculations oder überhaupt in der Unternehmenskommunikation nichts Neues, die öffentliche Meinung im Sinne des Unternehmens, im Sinne der NGO, im Sinne der eigenen Kommunikationsziele zu beeinflussen. Die Akteure, die in diesem Prozess beteiligt sind, sind wesentlich mehr und gehören mehr unterschiedlichen Kategorien an als früher. Und das bringt uns auch zu dem Bereich Influencer-Marketing, aber da werden wir dann das nächste Mal uns genauer darüber unterhalten. Damit bleibt mir für heute nur mehr zu sagen, die Zusammenfassung von der letzten Woche sowie dieser Mitschnitt folgen in Kürze auf Moodle. Im Übrigen, wenn Sie nicht sowieso schon irgendwo im Freien mit Ihrem Mobilgerät teilgenommen haben, dann nutzen Sie das schöne Wetter, gehen Sie raus und wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder in der Vorlesung und vielleicht auch am Freitag, ich glaube, 1. April ist nächste Woche Freitag, vielleicht auch in unserem LinkedIn-Workshop kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.